Willkommen zum nächsten Part von Let's Play Risen Viel Spaß Und wieder einmal willkommen zurück zum Let's Play von Risen Dem, ja ich würde mal sagen, letzten Part der Aufnahme Bevor ihr endlich dann Kritik geben könnt, wo ich das dann auch sehe bei der nächsten Aufnahme Denn wir haben aktuell ja immer noch, wie die letzten zwei Parts, den 29. Dezember Und ja, daher würde ich sagen, hauen wir direkt rein und reden mit Roman Beziehungsweise sagen wir dem Tipp erstmal, dass die Tusse für ihn da ist Das Freudenmädchen Annika wird sich um dich kümmern Ah, das ist gut, endlich mal was los hier auf diesem beschissenen Posten So, nun zu dir Kumpel, komm mit nach hinten, dort sieht uns keiner Wenn Annika da ist, kriegst du den Zellenschlüssel Reden, reden, gibt's, gibt, gibt, gibt's Probleme Komm Gibt, 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 Probleme haben wir alle So, jetzt gib her Was ist jetzt mit dem Zellenschlüssel? Gut, hier hast du ihn Aber, wenn ich wegen dir Ärger kriege, wirst du das bereuen Schon klar Annika tanzt da hinten schon rum, weißt du, ohne dass er irgendwie da ist Äh, ja, Hammer Egal, äh, wir haben den Zellenschlüssel Theoretisch könnten wir den jetzt verkaufen Aber, ne, können wir eigentlich gar nicht Aber wäre irgendwie cool Äh, deswegen öffnen wir einfach jetzt mal ganz frech die Tür Machen ein nettes F8 Ja, und Können wir uns eigentlich da hinsetzen Und auch mit Romanov reden, oder müssen wir da Ne, wir müssen dazu aufstehen Okay Wie kann ich jetzt eigentlich wieder aufstehen? Ah, okay Äh, Romanov, wie geht's dir? Ha, wen schicken sie mir denn jetzt? Einen Laufburschen? Ich gebe dir einen guten Rat, Junge Es ist besser für dich Wenn du erst gar nicht versuchst Mich nach meinem Gott zu fragen Du bist Pirat? Du bist Pirat? Mein Name ist Ivan Mikhail Nikolai Igor Romanov Für dich einfach nur Kapitän Romanov, klar? Ich bin mir sicher, du hast schon von mir gehört Viele Geschichten werden über mich erzählt Viele finstere Geschichten Und glaub mir, egal was du gehört hast Sie sind alle gelogen Okay, aber, ähm Heißt das, du bist kein Pirat? Das heißt, dass die Maulhelden da draußen Keinen Schimmer davon haben Was ich wirklich getan habe, Junge Romanov ist ein Mörder, sagen sie Er ist ein Verbrecher Er ist ein Dieb, sagen sie Ha, sollen sie alle im Vulkanfeuer schmoren? Ich habe ganze Städte vor heranrollenden Armeen beschützt Ich habe den heiligen Tug des Harlan aus dem Palast von Kroazin befreit Ich habe einen Rottwurm getötet Mit meinen bloßen Händen So, und nun sag mir, dass dir das irgendjemand erzählt hat Nein Ha, aber so ist es gewesen Ja, ein Rottwurm mit deinen eigenen Händen Alles klar Dann, äh, ja Ich heiße übrigens Petra, ne Nur aus Information Ähm Du bist über das Meer gekommen? Allerdings Wer von den braven Bürgern weiß denn schon Was auf den Meeren da draußen wirklich passiert? Alle reden von der Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel Ha, aber das ist nur ein Witz Ich sage dir, es wird noch viel schlimmer kommen Ein Sturm ist im Anmarsch Ich habe es selbst gesehen Ein Sturm, den niemand aufhalten kann Nicht einmal dieser eingebildete Inquisitor mit seiner weißen Armee Okay Irgendwie ist ja der Inquisitor und der Orden nicht wirklich so dermaßen beliebt bei den Leuten Äh, das ist natürlich ein bisschen doof, ne Wenn wir da eh noch gehören wollen Sollte man ja eigentlich auch halbwegs einen Status haben, ne Aber gut, äh, du scheinst den Inquisitor nicht mehr zu mögen Du scheinst den Inquisitor nicht zu mögen Ha, was denkst du? Wer mich hier eingebuchtet hat, du Schlaumeier Aber eins kann ich dir sagen Wenn ich hier wieder rauskomme, kann er was erleben Okay, aber, ähm Du erwähntest gerade deinen Gott Ich hab dir gesagt, dass du mich nicht danach fragen sollst Ja, richtig, ich erinnere mich Dann halte dich daran Sonst wird es dir schlechter gehen Sonst wird es dir schlechter gehen Was soll der Typ tun, Alter? Okay, ähm Wie lange sitzt du hier schon? Einige Tage Die Schweine wollen mich weich kochen Ha! Da können sie lange warten Ich werde ihnen niemals verraten Wo ich mein Gold versteckt habe Ha, ha, ha Ja Hammerste Lache auf jeden Fall Ähm Die Tür ist offen Du bist frei Meinst du etwa Diese marode Tür dort Hätte mich daran hindern können Hier rauszukommen? Glaubst du das? Ha, 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 ha Da erkennst du mich aber schlecht, mein Junge Wenn ich gewollt hätte Wäre ich schon über alle Meere Das krasse ist ja auch Die Fenster da Die sind so extrem groß Der kann ja auch einfach durch Es ist auch nicht mal so So ein Gitter dazwischen oder sowas Der kann einfach durchkrabbeln eigentlich Ne Ist auch irgendwie ein bisschen lustig Aber gut Ähm Warum fließt du nicht? Ich habe hier in dieser Stadt Noch was zu erledigen Eines Tages werden die Weißen im Dreck liegen Und die Stadt wird wieder Don Esteban gehören Ich werde mir ein großes Stück Aus dem Kuchen herausschneiden Wenn es soweit ist Ich werde erst mal hierbleiben Und auf meine Chance warten Du bist ja so sicher, dass die das hier Dass die es wieder zurückbekommen werden Na, bin ich mir menschlich ganz so sicher an deiner Stelle Du willst Don Esteban unterstützen? Ich kenne Esteban schon seit langer Zeit Er ist der wahre Herr dieser Insel Ich habe die Zusammenarbeit mit ihm nie bereut Gemeinsam haben wir immer fette Beute gemacht Ich habe nicht vor, das zu ändern Auch du wirst gut beraten Wenn du dich für die richtige Seite entscheidest Mein Junge Okay, aber ähm Die Kneipenwirtin Patty sucht ihren Vater Patty? Patty Stahlbart? Hahaha Dieses Teufelsweib ist alles Nur keine Kneipenwirtin Ihr Vater ist einer der größten Piraten diesseits der Meere Kapitän Gregorius Stahlbart Dieser Hund hat mir nicht nur einmal das Leben zur Hölle gemacht Das kann ich dir flüstern Weiß der Henker, wo sich der alte Halsabschneider herumtreibt Aber sollte ich ihm nochmal begegnen Wird sein letztes Stücklein schlafen Wenn ich du wäre Würde ich um dieses Miststück von Piratentochter Einen großen Bogen machen, Junge Solche Weiber bedeuten nichts als Ärger Ha! Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung Hm Interessant Also so wie du aussiehst, sprichst du nicht aus Erfahrung Wer könnte wissen, wo sich Kapitän Gregorius Stahlbart aufhält? Meine Mannschaft und ich suchen den Mistkerl schon seit Monaten Bisher ist Stahlbart noch nicht wieder aufgetaucht Okay Wo ist eigentlich deine Mannschaft? Irgendwo auf der Insel Ein Teil von ihnen ist sogar immer noch hier in der Stadt Vasili und Eriksen waren erst kürzlich noch hier Sie warten nur auf ein Zeichen von mir Ein bisschen windig in deiner Zelle hier Wind macht einem wahren Seemann nichts aus Doch dieser elende Gestank in diesem Loch macht mich noch wahnsinnig Hör zu, mein Junge Ich trage schon seit 30 Tagen diese stinkige Schwitzhemd an meinem Leibe Meine Kleidung ist mittlerweile so speckig und dreckig, dass ich sie in die Ecke stellen könnte Oben im Lagerhaus am Hafen Kai steht meine alte Seemannskiste Ich habe darin eine Schatulle mit meinen Klamotten eingelagert Wenn du mir die hierher bringen könntest, würde ich ein paar Münzen dafür springen lassen Was meinst du? Aha Eine Schatulle mit Anziehsachen Abgemacht Ich werde dir deine Schatulle bringen Braver Junge Hier hast du den Schlüssel zu meiner Seemannskiste Sie steht im obersten Stockwerk des Lagerhauses am Hafen Kai Ist nicht leicht zu erreichen Aber ein schlauer Kerl wie du wird sie schon finden, was? Aber beeil dich Und vor allem komm sofort wieder zu mir Und lass niemanden an meine Schatulle, klar? Sind wohl recht wertvoll die Hemden in deiner Schatulle, was? Lass das quatschen Bewirg dich Ja, 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 ja Ah, Wasserfass Wenn ich mal wohl seine extrem wertvollen Hemden aus seinem Wasserfass Ne, aus seinem Wasserfass, genau Aus seiner Schatulle Wieder herbringen Beziehungsweise Werd sie nicht ihm geben Sondern werde diese Schatulle Dem, äh, Ordenskrieger geben Mit dem wir vorher noch geredet haben Bevor wir dann mit Romanov geredet haben Ähm Denn Ja, wer weiß natürlich Dass, äh, sein Gold drin, ne Ganz klar Was denn auch sonst? Äh, und da das Gold ja nicht dem lieben Romanov gehören sollte Sondern den Ordenskriegern Da ich ja für sie arbeiten möchte Und Magier werden will Ist es auf jeden Fall wichtig Dass wir jetzt noch einmal im Wasserfass schlürfen Was jetzt hier schon echt die ganze Zeit Ja, äh, ganz schön lange hier So, ist noch einmal wichtig Ist für diese, diese, diese Aufgaben für den Orden, äh, erledigen Oh, ganz schön dunkel geworden Soll ich mir meine Fackel anmachen eigentlich? Ich finde Fackeln sehen echt hammergeil aus im Game Hihi So Alles klar Wir haben meine Fackel gezündet Ja So Hui Vorher wieder mit der Fackel springt Hui 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 Okay Ähm, ja Wir müssen jetzt ins Lagerhaus Und zwar müssen wir hier oben rein Ähm Wie wir da reinkommen Das zeige ich euch jetzt Und zwar Werden wir als erstes Einfach mal hier außen rumlaufen Und werden ganz frech hier reinlaufen Dann rennt uns der Tipp nämlich hinterher Ja Weg mit dir Ganz kurz die Kampfmusik gehört Ich weiß So, und jetzt gehen wir einfach eiskalt hier rein Ja, und plündern Romanos Truhe So einfach ist das Eigentlich, möchte man meinen Äh, da war auch dann Die Schatulle drin Ich würde sagen, wir plündern einfach die anderen Truhen auch noch Einfach nur, weil wir es können Äh, und weil wir gerade noch Zeit dazu haben Wisst ihr Bescheid Ähm, den Schrank nehmen wir auch noch mit Wir müssen uns jetzt glaube ich beeilen Weil der andere Äh, weil der eine Typ Da glaube ich jetzt gleich hochkommt Kommt der hoch? Ich weiß es gar nicht Auf jeden Fall glaube ich, dass er hochkommt Bin mir nicht ganz sicher Denn die Kampfmusik hat er auch schon angeschlagen So Typen wie dich Will ich hier nie wiedersehen Ja, halt die Backen So, und da wir eh schon hier oben sind Können wir auch gleich das Easter Egg Äh Holten Was heißt Easter Egg? Ist es ein Easter Egg? Ich weiß gar nicht Auf jeden Fall findet man hier Gold Und ein bisschen anderes nützliches Zeugs Was man, naja, ganz gut gebrauchen kann So als Krieger So F8 Und jetzt muss ich erstmal gucken Wie wir denn hier runterkommen Na, wir müssen ein bisschen weiter hier rüber So Alles klar Hier schön drauf springen Und hier rein Das sind so ein paar trickige Trickies Hier steht was über Artefakte Ah Interessant Okay Da steht eine Warnung vor ruhelosen Gebeinen in einigen Sarkophagen Hm Interessant Und das sind Sarkophage Früher, als ich das Spiel angefangen habe zu spielen Ähm Hab ich immer gelesen Sarkiophag Und hab dann auch Sarkiophag gesagt Äh, obwohl es Sarkophag Oh mein Gott, ich hab das Ding weggeworfen Äh, obwohl es Sarkophag heißt Hammer Und der ist irgendwie so stark Der kann so die ganze Steinplatte Einfach mit einer Hand kurz wegschieben Und das Zeug rausholen, was hier drin ist Und zwar so ein kleiner Bernd Ich weiß, dann schiebt das auch extra noch zurück Weißt du, statt das einfach offen lässt Weißt du, hier kommt doch eh kein Schwein rein Und vor allem mal so ein riesiger Steinhaufen Hier an Sarkophag Irgendwo auf so einem billigen, äh, Holz Äh, Holzuntergrund irgendwie steht Als ich es irgendwie gleich runterfallen könnte Oder sowas Nein, das hält natürlich Ach Leute, haben wir schon genutet Okay Ah, tut mir leid Ähm, hierfür Vom Schlösserknacken verstehe ich Brauchen wir das Talent Schlösserknacken Und davon versteht ihr nichts, wie ihr gerade mitbekommen habt Äh, zweit trotzdem noch einmal die F8 vergewaltigen Und wenn wir hier runtergehen So, wir kommen jetzt hier eigentlich am besten runter So, und dann so rüberspringen Und dann hier rüber Und dann dorthin Und dann haben wir keinen Leben verbraucht So, hey Okos Äh, mit dem möchte ich jetzt eigentlich nicht reden Ich möchte einfach jetzt zurückgehen Und, ja, die Truhe verpetzen Also nicht die Truhe verpetzen Sondern dem Typ da sagen Dass wir die Truhe haben Hallo Ähm, ja Hallo Freunde Hallo Ähm, ich fand diese Schatulle hier Romanov steht drauf Potzblitz Weißt du, was du mir da gerade gegeben hast In dieser Schatulle ist das Gold des Don an Romanov Ach was Wäre ich ja nie drauf gekommen Großartig Du hast es tatsächlich geschafft Reife Leistung Kommandant Carlos wird sich immens darüber freuen Hier Das soll deine Belohnung sein Aber gib nicht alles auf einmal aus Danke Wow, 100 Gold Da habe ich einfach die Einbrüche mehr bekommen So wird die Schatulle da doch nicht zu sein, oder? Naja Wir werden erstmal zu Romanov gehen Und mal gucken, was er dazu zu sagen hat Dass wir ihm sein Gold aus den Händen geschlagen haben So schön provozierend hingehen Und sagen Dass wir es waren Sein Gold weggebracht haben Hä? Ah Leute, der schläft Muss das jetzt sein? Oh ja Wo warst du so lange? Wo ist meine Schatulle? So lange, Alter Keine Ahnung Keine Ahnung Was? Du lügst doch Das sehe ich dir an Glaub, was du willst Ich warne dich, Wursche Wenn du mich verarscht hast Werde ich das rauskriegen Geh mir aus den Augen Ich kann dich nicht mehr sehen Ich warne dich, Wurschen Wenn du so eine Schweinerei Nochmal mit mir versuchst War es dein letzter Fehler, klar? Lass mich schlafen Lass mich schlafen Ich habe eigentlich gedacht, ich kann ihn so ein bisschen mit der Nase reiben Er ist halt gleich so beleidigt gewesen, der Alte Kann passieren, ne? Ist halt so, wenn man kein Spaß versteht So eine alte Spaßbremse Versager, Nerver, Säge, Dingens, Penis So Alles klar Da wir ja gerade schon im Lagerhaus waren Wird der heutige Screenshot Das heutige Thumbnail Über das Lagerhaus handeln Das ist echt doof, oder? Wenn ich hier vom Lagerhaus so ein So ein Dingens hier mache, oder? Ist eigentlich schon ein bisschen doof, oder? Hm, nam, nam Ich werde einfach folgendes machen Und zwar werde ich einfach jetzt von dem hier Von dem hier So, fertig, aufs Ende War einfach so Und jetzt würde ich mal sagen Gehen wir nämlich mal zurück Das heißt zurück nicht Aber wir werden jetzt erstmal Ein bisschen Zeug verkaufen geben Und zwar bei meinem Lieblingshändler Bei Alvarado Dem Händler Na, bei dem ich noch ziemlich viel Verkaufen werde Und kaufen werde Ähm, da werden wir als erstes hingehen Und dort werden wir auch gleich mal Eine Runde handeln Oh, Edgar Du bist nicht von hier Pass lieber auf Dass die Inquisition dich nicht erwischt Wie meinst du das? Ich meine Du solltest aufpassen Wem du hier auf die Füße trittst Okay Sonst liegst du am Boden Und weißt nicht mal warum Ähm Was muss ich über die Stadt wissen? Es gibt Orte An denen du nichts zu suchen hast Zum Beispiel das Lagerhaus am Hafen Wirst du da erwischt Oder versuchst du was zu klauen Kriegst du Ärger Und wie sieht der aus? Unser Rechtssystem ist einfach aber effektiv Wir hauen dir aufs Maul Auch wenn du Bürger verprügelst Oder unser Vieh schlachtest Hauen wir dir aufs Maul Und falls du mal jemanden umbringst Haut ihr mir aufs Maul? Genau Und anschließend bringen wir dich um Hammerfette Sache Was muss ich noch wissen? Wenn du mal Ärger hast Kann es vorkommen Dass die Leute nicht mehr mit dir reden Und was mach ich dann? Am besten Du machst gar keinen Ärger Und falls doch mal was passiert? Tja Das ist dann dein Problem Alles klar Okay gut Dass ich das Äh ja Gut dass ich das auch weiß Ähm Aber da tippt mir so extrem freundlich Jetzt gehe ich einfach mal weiter Mit seinen sympathischen Worten an mich Das würde ich überra- Hammer Das würde ich über- Alter Das würde ich überragend Daher Ja Sind wir jetzt im Händlerviertel angelangt Äh Wo eine Händler ist Bisschen Ei Ne Ist ne Blume Okay Äh Und zwar Unser lieber Händler Als auch Äh Naja Waffenverkäufer Ist dieser hier Der hier drin ist Äh Da werden wir dann nächstes Mal reingehen Jetzt bleiben wir erstmal hier Auf diesem schönen Platz Zum Wenden Hier die Aufnahme Äh Deswegen würde ich sagen Bis zum nächsten Part Also bis morgen Oder ich weiß nicht wann der Party online kommt Ob hier heute Wenn heute ein Samstag ist Dann bis übermorgen Wenn nicht dann bis morgen Ähm Genau Haut rein Und vergesst nicht Wenn euch das Video gefallen hat Dann gebt doch einen Daumen hoch Ja Und die Fackel ist auch schon aus Und wenn nicht Dann einen Daumen runter Und wenn es euch richtig gut gefallen hat Könnt ihr uns sehr gerne verbreiten Oder einen Favorit hinzufügen Und wenn nicht Dann Ja Bis zum nächsten Mal Ne Haut rein Tschüss Tschüss